Na dann, und jetzt kommt Level Nummer 2, oder was? Ja, so sieht das aus. Äh, ja, wenn man denn dann mal das Ding trifft. So, Level Nummer 2. Eieiei. Boah, yeah. Doch, das ist super. Oh, shit, ey. Okay, so. Mach mal die erste Runde ohne sehenden Kommentator. Okay. Ich würd sagen, so. Oder auch nicht. So, einer hat er schon mal abgeräumt, ein Schwein. Zwei Schweinchen hat er schon abgeräumt. Zwei? Okay, zwei. Okay. Nee, so. Dann machen wir mal so. Drei kleine Schweinchen. Also insgesamt fünf, wunderbar. Hm? Das sind vier Schweinchen Sins, und du hast drei davon getroffen bis jetzt. Wunderbar. Du hast dein Holzbrett getroffen. Wunderbar. Das hab ich mir fast gedacht, so wie sich das angehört hat. Ein Schwein gibt's noch. Ja, hippie, warte, dann guck ich mir erst mal an, wo es ist. Ach, du Scheiße. Als wenn ich das treffen würde. Du warst vorhin schon mal relativ nah dran. Ja, ja. So. Warte. Ach, Scheiße. Ich kann... Ja, dann muss ich den einmal... Ja, das ist kacke. Jan braucht einen größeren Bildschirm. Für solche Sachen schon, ja. Soll ich dir mein 70 Zoll vorbeibringen? Ja, wann bist du dann hier in sechs Stunden? Na, nachts ist die Autobahn recht frei. Ich nehme einen Beamer. Kann ich in drei Stunden schaffen wahrscheinlich. Ach so, Engelchen, mit der Plattform. Nein, also, das ist so gemeint, du musst Ausrufezeichen schreiben und dann die Social Media Plattform, die du, äh, äh, also, wo du den Link haben möchtest. Zum Beispiel Facebook, äh, TikTok, Instagram, aber in kleinen Buchstaben. Ah, kacke. Hinter das Ausrufezeichen. Dann funktioniert der Befehl. Den letzten hab ich nicht getroffen, ne? Ne, hab ich natürlich nicht. Dann funktioniert der Befehl. Wo hast du noch einen? Ich hab noch einen. Wo hast du noch einen? Oh, ich hab vier. Gerade hatte ich die ganze Zeit nur drei. So. So, höher. 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 So könntest du das mal probieren. Treffer. Wunderbar. Alle abgeräumt. Ich werd wahnsinnig. Es lüften dann ja drei Sterne sein, oder? Ja, 26. Es ist ein Stern. Was? Ach komm, verarsch dich. Ich verarsch dich nicht. Es ist nur ein Stern. Nee, 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 also nee. So wird das aussehen. Nee, nee, also nee. Ich hab jetzt alle abgeräumt und nee. Nee, nee, nee. Also, den wiederhole ich auf jeden Fall noch einmal. Moment mal. Dir fehlen ja nur 21.000 Punkte bis zum zweiten Stern. Nur? Ja. Und 27.000 bis zu drei Sterne. Äh, wie soll denn das funktionieren? Das ist eine sehr gute Frage. Also, ich hab jetzt alles getroffen und habe nur 26.616 Punkte. Was mich gerade eher interessiert, das Leaderboard. Da steht, dass du der Führende bist. Was muss ich tun, dass man das sieht, was ich erreicht hab? Dann müsst ihr euch bestimmt mit Facebook oder so verbinden. Oh Gott. Irgendwie sowas bestimmt. Nein, das machen wir halt nicht. Ja, ich... Das können wir irgendwann mal gerne machen. So. Äh... Ja. Soll ich das jetzt nochmal probieren? Ich... Ja, probier doch mal. Ja, komm. Einmal probier ich es auf jeden Fall noch. So. Wo ist... Wo ist mein kleines Katapult? Da ist mein Katapult. Katapult. Katapult ist da. Hau rein! Zwei sind schon wieder platt. Wunderbar. Was halten wir denn von so? Dann triffst du den vordersten wahrscheinlich. Ach, den hab ich noch nicht abgeräumt? Nee, du hast zwei und drei abgeräumt. Ich glaube, ich hab getroffen. Yes. So, und jetzt kommt wieder... Jetzt hab ich noch im Prinzip zwei, ne? Drei. Drei? Du hast fünf Schüsse. Ach so, okay. Ist wieder der letzte, der... Alex, Mia Marsch. Das ist der schönste Marsch. Der Mielex, der Marsch. Würde ich den eventuell so treffen? Würdest du nicht. Okay. So? Eventuell. Du hast sie nicht getroffen, aber du hast sein Stäbchen umgeschmissen und er ist umgefallen. Okay. Gibt der Raubpunkte? Ich glaube nicht, oder? Doch. Du bist schon bei 24... Fast 25.000. Okay, und ich hab noch zwei. Ja. Äh, äh, was? Ja, Gott. So, also die... Die Kollegen... Schweine hab ich schon mal alle getroffen. Würde ich so überhaupt was treffen? Wäre nicht gerade. Die Luft. Die Luft. Äh, ist das ein bisschen... Ja, so ist schon besser. So könntest du... Das eine Holzding da hinten noch wegnüppeln vielleicht. Gerade, ne? Ja, muss er, wenn er unten dagegen... Die unteren, die dunkleren, die sind stabiler. 26.000... 71.000... Einen hab ich noch, ne? Ja. So. So. Bisschen niedriger würde ich machen. So? Gut, ja, so. So könntest du die hinteren zwei Holzdinger treffen. Nein, du hast noch eins davon getroffen. Aber 27,3. Es fehlen nur noch... 14.000. Bis zu zwei Sternen. Super, super. Und ich hab wieder einen neuen Highscore aufgestellt. Die Periode. Yay! Oh nein, es sind noch 20.000, sorry. Du warst tausend Punkte besser wie vorher? Ja, ungefähr. Nee, nee. Gar nicht. Äh, nur 700. Oh, kniefiesler. Ja. Aber ich glaub, die Sterne erhöhen sich auch je nachdem, mit wieviel Versuchen du es schaffst. Also wenn du weniger Versuche brauchst, als du, äh, Schüsse hast, ähm, dann kriegst du auch mehr Sterne. Okay. Ja, weil du dann auch mehr Punkte kriegst, ne? Macht ja Sinn. Also im Prinzip, wenn ich mit einem Schuss alle Schweine abräume... Ja. Dann, äh... Sollte das schon mal... passen. Ja, yippie, jay. So. Dann probieren wir es nochmal. Wir haben ja gerade bei dem ersten Level haben wir jetzt 130.000 Mal versucht. Dann wird uns hier ein dritter Versuch nicht umbringen. So. Ja, uff. Sehe ich genauso. So. Würde ich da ein paar Schweinchen treffen? Ich glaube schon. Ne? Ein bisschen. Ja, doch, das Hinterste ist jetzt wahrscheinlich getroffen. Also so? Möchtest du das Hinterste treffen? Danke. Die Hintersten zwei sogar. Ja. Wow. Und jetzt musst du nur noch die zwei vorne einlegen. Dann bist du schon gut durch. So? Ja. Zwar nur eins. Okay. Jetzt habe ich wieder mal nur zwei Versuche, ne? Um, ähm... Drei Versuche erst mal. Ah, okay. Ja, stimmt. Äh... Aber der sollte nicht allzu schwer werden. Ein bisschen höher. Gut. Ja, das sollte schon passen. jetzt hast du 25.000 punkte und noch zwei versuche um den rest abzuräumen ja ich weiß nur nicht ob wenn du jetzt drauf gehst ob du jetzt bonus punkte für die zwei bekommst die du noch übrig hast wenn du jetzt auf den pfeil klickst für weitermachen ok nicht nur antäuschen ja da hat er zu 10.000 bonus punkte und schon hast du fast die drei sterne mein freund machte das erste level noch mal du schießt mit dem ersten ding ja aber dass 47.000 braucht und hat nur 45.000 geht zurück zum ersten level wir machen jetzt die 20.000 punkte easygoing 10.000 für den übrig gebliebenen vogel kriegst ok also dann mache ich dir die ja blind so jetzt machen wir noch eine zweite so jetzt wo du das kannst kann ich los kann mir was zu trinken holen ja so so easygoing jetzt und plätzchen und du willst auch plätzchen ok gut dann geh du dir mal plätzchen und was zu trinken holen ja bevor ich dann jetzt anfange trinke ich auch noch mal einen schluck vier schweine fünf versuche oder wie war das wunderbar so ich hoffe dann treffe ich jetzt mal was ohne kommentator hast du den bildschirm klein größer gemacht hast du den rangesoomt oder so ich selber ja also ja gut ok weil ich jetzt weniger sehe deshalb kann ich dir weniger helfen das ding ist aber eigentlich solltest du das ungezoomt sehen sehe ich aber nicht ok 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 zwei hast du schon mal zwei habe ich schon mal ich glaube den zweiten und den und den hinteren ja da wäre ich auch so nicht dran gekommen bei der höhe also fehlt der erste jetzt noch und der letzte ne falsch herum so 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 macht es aber das so so sollte ich aber den hintersten treffen hoff ich oder so wie auch immer auf jeden fall habe ich ne ich weiß ich weiß was passiert ist warum warum der jetzt den haja ok ja der hat weil jetzt hatte die autofokus angemacht als ich zurückgegangen bin deswegen siehst du weniger ja ich kann ja also ich sollte ja dann musste gleich nur noch mal kurz die szene wechseln wenn ich das mal ändern soll warum ich die szene wechseln ja weil wenn ich weil wenn ich jetzt gleich das ding dann noch mal neu starte wird auch die szene sich verändern so jetzt muss im prinzip das ist der vorderen der hinteren muss ich jetzt noch treffen so dann wollen wir jetzt mal gucken wieviel sterne ich krieg ne wieder nur ein wahrscheinlich jetzt hast du ja zwei über ja jetzt habe ich wieder nur zwei über ne ja aber der zeigte jetzt wieder alles normal an das ist halt einfach nicht wundert ok das verstehe ich jetzt nicht und wir sind und ich bin schlechter 200 punkte schlechter wie gerade eben jetzt entwickle ich gerade ehrgeiz leute jetzt entwickle ich gerade ehrgeiz ich glaube das ist das level oder kann ja aber gerade war das kleiner gerade konnte man viel mehr sehen kannst du denn irgendwie wie steuerst du dat jan mit der maus hast du irgendwann mal doppelt getippt oder doppelklick gemacht irgendwo oder warte ich kann hier auch noch mal eben kurz in die mitte so ah jetzt sieht man mehr ok ok ja aber dafür sieht man das katapult nimmer ja 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 aber hast du mal doppelt geklickt vorhin irgendwann war links unten war hier vorne noch ein plus gestanden jetzt ist ein minus du hast du hast größer gemacht ach so ok ah genau so wunderbar jetzt sehen wir wieder alles mein gott so der jan und ich habe gerade gekotzt warum ja weil es zu groß war ja stimmt so fragt mich doch einfach du warst doch nicht da du hast doch so was treff ich habe ich überhaupt was ist die frage ich also was ich jetzt vielleicht versuchen würde ist den ersten umzuschubsen damit der vielleicht auch zwei und drei kippt weißt du wie domino ok so würde ich das versuchen ja muss ich dafür höher oder niedriger vielleicht ein bisschen niedriger ok ein bisschen niedriger so dann machen wir noch ein bisschen niedriger damit wir die steinsäule da umhauen weißt du so ja versuch mal die steinsäule haben wir trotzdem nicht umhauen schade aber wenn mich wenn mich jetzt hier nicht alles täuscht ein ein hast du ja ja so aber ich wollte so einen domino effekt weißt du ja 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 ich weiß was du meinst aber warte mal wenn ne der abstand der abstand ist zu groß das kriege ich nicht hin ich habe überlegt wenn ich wenn ich den jetzt so treffe dass ich den weißt du ich hier so treffe so am rand des zweiten beziehungsweise zwischen zwei und drei das ding hinsetze damit der eine nach vorne kippt und der andere nach hinten zu dem vierten aber dafür ist das ding zu groß so meint er so ist gut machen wir mal ein bisschen niedriger niedriger ja so so versuch mal so ok ja jawohl 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 ja den hätten wir am anfang gebraucht ja den hätten wir am anfang gebraucht jetzt ist das passiert was ich wollte weißt du ja ja jetzt den hinteren noch ja so oder was mal da könnte funktionieren ja getroffen was ich den fall jaja den fall jetzt so so ja den move den haben den als zweites hat es den brauchst du quasi als erstes als erstes ok ok dann versuchen wir das nochmal dann musst du mich jetzt hier anleiten ich versuche mein bestes so ist wieder er gut ich mache nochmal minus ich mache nochmal minus so wunderbar so so höher oder niedriger ein bisschen niedriger so ja so würde ich mal versuchen ja jawohl jawohl drei auf einmal drei auf einen streich so jetzt brauchen wir den hinteren komm jetzt brauchen wir den letzten ganz hinten so 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 ein bisschen niedriger bisschen niedriger ok so so ah nee warum hat er den nee hat nicht geklappt ah scheiße wir kriegen das nochmal hin ja höre 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 ja ja bin dabei so ja noch ein bisschen höher jetzt so ja ja versuch doch mal ja aber gerade so ein brett im weg so jetzt kann man aber aber jetzt haben wir wieder nur zwei über naja machen wir den großen fall naja so naja so naja so ne scheiße oh jetzt sogar nur 42 naja aber der erste move war geil der erste move war richtig geil der erste move war richtig geil ja komm versuchen wir das nochmal ja ja muss ja hier mal funktionieren verdammte scheiße hier ja ja ich bin dabei ich hab's gesehen so siehste alles ja ja wunderbar na wann kannst du deine maus denn da im kreis rum ja ich musste mir selber eben erst gucken dass ich die maus sehe ein bisschen weiter runter 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 noch ein bisschen so 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 ja ich würd sagen ja 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 ich bin dabei versuche es versuche es so müsste das funktionieren so ja ein bisschen ja bisschen weiter runter so 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 ja so ja so und jetzt ja reicht für drei sternen was reicht für drei sternen für drei sogar okay ja jawohl jan wir haben drei sterne ja boah jippie jay he ja Vielen Dank.